Hallo zusammen, heute stelle ich euch mal ein tolles Mixed Reality Game vor, Bomber Drohne. Das ist ein Shooter mit bisschen Geschichte. Man muss da so ein Laborant retten, von A nach B bringen und unterwegs hat man einige Gegner, die man bekämpfen muss und den Lempel und Wunderschönen. Schaut euch das mal an. 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! Schaut euch das mal an. 4, 3, 2, GO! Für dich nicht. 5, 3, 2, 1, du, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 3, 2, 1, go! 2, 1, go! 3, 2, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, 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 go!